So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft, Wrath of the Licht King Classic, sind hier auf Nordend in den Grizzly Hügeln bei Harkors Lager zwischen diesen Ruinen und zwischen dieser Ruin von Thetis, das ist lauter Ruin, so und wir sind hier beim Kratz mit der Quest, man braucht schon einen starken Magen. Kratz mit Harkors Lager möchte, dass ihr euch in die Ruinen von Dracil-Gin begebt und 5 Dracari-Kanopen einsammelt. Ah ja, Kanopen sind glaube ich so eine Vasen, 100% ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Und die Kanopen scheinen ja hier drin zu sein, so mal gucken. Wo sind die Kanopen? Hier, da ist eine Kanope. Hier, doch, Base. Ja, seht ihr? Habe ich es doch noch richtig irgendwo? Oh, da greift mich einer an. Die finden es wohl nicht so toll, wenn ich hier so eine Kanope aufnehme. Ich finde es aber toll. So, zack. Habt der uns an? Ja. So, da gehört immer einer zu dieser Kanope. Ah ja. Mal, der gehört bestimmt zu der Kanope. So, 5 brauchen wir aber. Hey, das ist meine Leber, auf der du da rumtrickst. Ja. Tut mir leid. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich soll die einsammeln. Das ist eine Quest. Kläre das. Mit Blizzard. Blizzard hat die Quest entworfen. Ich muss die nur einsammeln. So. Eine Kanope fehlt noch. Hier, die nehmen wir noch. Zack. Mal die fünfte. Kommt sofort mit meinen Eingeweiden zurück. Jetzt geht es nicht so gut. Ja. Schade. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 5. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Wieder raus. Haben wir 5 Kanopen gesammelt. Können wir uns wieder aufschwingen. Ab ins Lager. So. Man braucht schon einen starken Magen, Kanopen und ein bisschen Gold. Und damit hat man diese Quest auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.